Ach hier ist Skorboard, okay. Äh, 14.10. Hm, nice. Ja, läuft. Läuft bei uns, würde ich sagen, ne? Und damit bis zum nächsten Mal. Haha, ich hab schon wieder Neue am Start. Was hast du, Neue am Start? Ne Neue Runde am Start. Ja, bei mir dauerts noch 12 Sekunden. Ne, in der Aufnahme. Achso, achso, okay. Na, ich hab noch, ich ess noch mal hier ins Beef Jerky rein und dann geht er los. Beef, Beef Jerky! Ja, ich ess sowas. Beef Jerky! Warte mal, ich klicke mal auf Customize. Hier gab's nämlich noch ne andere. Ja, ich will auch mal gucken, was es noch so gibt. Ja, und da sind wir wieder. Ach, achso, hä? Ich kauf mir mal die Pistole hier. Hier kann ich die Gadgets, die managen. Was, was macht die Art, die Fac, was ist der Unterschied zwischen der Artillery und der Factory? Das möchte ich mal wissen. Bei Medic. Das will, versuch ich auch grad herauszufinden. Das ist besti- besti- vielleicht hast du da ein Visier. Es gibt sogar Impact Nades, ne? Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Kann ich irgendwo schwulen? Wo bist du? Ich bin noch nicht gespawnt. Äh, warte mal kurz bei C gleich. Geh mal gleich auf C rein. Mhm, mhm, mhm. Nehm ich sie mich grad ein. Jep. Ne, G. G? G? Okay. Oha. Ich hab jetzt die Artillerie drin. Siehst du das? Ja, ich auch. Die hat ein Visier. Das ist richtig Fadenkreuz. Cool. Ja, richtig nice. Ah, weißt du warum Factory und Artillerie? Weil Factory ist ja von der Fabrik. Und Artillerie ist, äh, ne? Mit Attachments eben drauf. Genau. Also das ist jetzt das einzige, was ich mir zusammenräumen könnte. Na, hast du mich schreien gehört? Nee. Ich bin grad hinter dir schreiendlack gelaufen. Kann ich mal die Schaufel... Nein, du sollst die Schaufel in die Hand nehmen. Der Schaufel. Der läuft ja nämlich schneller. Blau Forest. Bob der Baumeister, deswegen hab ich Schaufel dabei. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Morgen. Ha, morgen oder so. Wenn ich Zeit hab, Fotze. Oh, das ist ein Tank. Na, jetzt bin ich lang. Ah, da ist ein Crazy. Alter, das explodiert und hört sich schon an. Ja, hier ist auch alles hier irgendwie so... Ich war grad ein bisschen überfordert. Ich muss mal kurz Fenster zumachen, das Licht, die Sonne grad. Alter, ich hab den auf den Kopf... Nee, ich hab den nicht auf den Kopf geschossen. Da waren Gas... Da sind irgendwie Vasen oder Gascontainer, die nicht explodiert sind. Aber er wollte nicht sterben. Oh, ich hab jetzt erstmal Fenster zugemacht, die Dunkelkammer. So, wo spawn ich denn jetzt? Mittags um 14 Uhr 10. Boah, mal bei A. Ja, ich bin jetzt Kapazierin. Na, Sniper da hinten. Immer schön am Meprand. Am Meprand? Am Meprand. Oha, da war dieser Typ mit so nem MG. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Da kam Mörser und... Ah, hier in der Wüste, sie laufen Sniper rum. Wüstensniper. Ja, ich sniper mal wieder bisschen, das hat mir ganz gut getaugt. Ah, das ist so'n bisschen dein Ding, ne? Vor allem, man muss ja ein bisschen nah hingehen, aber nicht zu nah, du spielst ja auf mittlerer Distanz eben, dann ist das ganz gut. Du bist im Geschehen dabei, aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen entfernt. Ich spiel jetzt den Assault mit der MP-Artillerie. Gucken. Ah, die hat auch ein Visier, wenn du die MP-Artillerie. Da kann man vielleicht auch noch ein bisschen von etwas weiter Entfernung was treffen. We have taken objective Freddy. We have taken objective Freddy. Wir haben Freddy. Ich mach schon wieder Lasagne hier, ich schieße auf Pferde. Es ist fertig. Auf Pferdis schieße ich. Oh, den muss ich auch mal anschreiben, wie es aussieht. Zocken hier, Beta. Warte mal, der Scout stirbt nicht. Wieso auch? Hättest du Lust zu sterben? Ey, den hab ich so viel reingedrückt. Noch kein Kill mehr, ich mach hier nüsch, fall mir um. Ey, aus Gewohnheit wollte ich grad einfach vom Felsen springen, ne? Weil ich hab ja eh nen Fallschirm. Ja, hast du. Ernsthaft? Oder hast du den nur, wenn du aus dem Flugzeug springst? Das ist die gute Frage. Ne, den hab ich auch hier. Aber ich dachte zwar erst der Weltkrieg ist das nicht selbstverständlich. Äh, hätt ich jetzt auch gedacht, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man jetzt immer einen Fallschirm dabei hat. Aber ich hatte grad einen dabei. Nimm ein Objektiv Butter. Alter, keine Chance, wenn jemand zweimal auf dich zugelang. Ja, Leute, so ist die Beta. Typisches Wettbild im Baller, kann man sagen, aber anders. Also ich wusste ja, dass das Setting ziemlich gut wird, die erste Weltkrieg, ne? Weil halt echt was anderes, was Neues ist, mal bitte. Du hast keine Jets, die keiner abgeschossen kriegt. Und wie ich gesagt hab, du hast keinen Heli, der mit der Malsicht einfach kommt und alles sieht. Ja. Du kannst dich halt ein bisschen verstecken. Ja. Autsch, 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 Autsch. Du bist halt nicht immer gleich das Fleisch auf dem Tisch. Ja. Ach, denn hier ist einer von uns. Naja, ich versuche gerade ein bisschen sneaky zu rennen. Ich versuche überhaupt was zu reißen, ja. Hahahaha Angesprungen und abgeschossen Battlefield Jump on Run hier Ah schade, da bin ich nicht hochgekommen, wär cool gewesen Spiel nicht mit mir alter Zack Hit Aua Da kam irgendwo ein Schuss Wo sind die Camper? Crazy, ich steh hinter dir an der kleinen Waffe Ja, ich hab Da unten laufen einige Ich seh leider keinen, den ich dann noch beschießen kann Und der Waffe Oh, das ist ein Team-Mate Oh, das wär jetzt, das wär jetzt hochgekommen Ich hoffe ich treffe jetzt einen Nein, natürlich geht mal wieder meine Granate hoch, ohne einen getroffen zu haben Ich muss mich erstmal selber halten Ah, die MP-Artillerie trifft um einiges besser Als die normale Da macht man auch mal gute Fills mit Da macht man auch mal gute Fills mit Weg zu laufen Und ich hab gedacht, ich steh rechts, aber naja Dafür ist es jetzt auch so, das ist mir gefallen So mag ich das, sterben sollen die alle Alle sollen gestern Äh Sniper macht mir echt Spaß Kannst du, sagst du Ja, können ist immer so, ne? Können und Spaß Ja, das stimmt Sind doch immer zwei Paar Schuhe Oh Der kam, der kam von der Seite Wunderweite Was hat mich jetzt getötet? Eine AT-Rakete Der hat die AT-Rocket-Gun Arschloch, da schießt er mich mit einer AT-Rocket-Gun Die ist für Tanks, du Pisse immer Das sind solche Leute, die im Battlefield Auch auf Clos Quarters Mit Raketenwerfer rummachen So eine Arschmaden Ja, ich komm bei dir mal rein Als Medic wieder Obwohl, ich hab den Ding noch nicht ausprobiert Den Supporter Ich versuche bei dir Ja, jetzt bin ich dran Bei mir ist alles, alles ruhig gerade Bis auf das wir alles verlieren Ist alles ruhig Ich folg dir einfach mal Na, ich will mal Richtung C Wenn ich nicht gerade erschossen werde Da ist die Sauweg Jo, einen hab ich Geschaufelt Geschaufelt Und Promotet Schaufeln und Promoten So, wie sieht das hier nämlich aus? Da ist ein Sniper Ja, wir scheinen C grad ein Ja, wir nehmen C ein Und ich werde von hinten beschossen Aus dem Paus raus Ja, ich sehs, ich sehs jetzt Ich hab ihn angehittet Er kriegt hart auch im Sack Ich hoffs doch Er hat grad Besuch von Kollegen von uns Verdient hat er's nämlich Objektiv Charlie Von B aus werden wir beschossen Auf D scheint auch wieder was zu gehen Die haben sie mich wieder eingenommen Komm mit, ich hab ein Fahrzeug Ich weiss nicht, wo du bist Ah, du bist viel zu weit weg von mir Ah, warte, ich komm, ich fahre in deine Richtung Nebst du noch? Nein Ah, jetzt ist sie auch voll Ja, passt schon Ich bin nämlich schon vorgerannt Ah, hier ist alles In der Straße kannst du nicht gucken mit dem Panzer fahren Es steht alles voll mit anderen Fahrzeugen und Gedöns Ich mach wieder hier Häuser Kampf We are losing objective Charlie Ah, ich seh dich, brauchst du Amor? Äh, ja Ja, hör auf immer hin Schmeiß mal rein in die Hütte hier Hast du ja, ne? Ich glaub schon, ja Naja, ich schmeiß aber nur mal Da steht die Pisse noch, dann Da läuft einer Kostet nix das Zeug, ne? Genau Aua, Aua, Aua Dann geht es Ich geläste Szene Schöö Boah Aua Ah, der Gegner führt schon wieder Beschaufelt Und Und Der Schuss Kein medic in der Nähe Heavy Tank Damage Machst du den Heavy Tank Damage? Bist du denn? Ah, hier bist du Ich hab hier, wie heißt denn die Waffe? Die, die, die zweite von diesem Asol Typen Da fällt mir jetzt der Name nicht ein Ich find das cool mit dem Magazin oben drauf, dass das wie so ne Das ist halt so ein gerades Ding, wo sich so durchschiebt, ne? Ja, das hab ich auch Da brauchst du unten nicht gucken, sondern du kannst so, das ist so ne Art Prozentanzeige, ne? Wie in der Installation, so, hm, so viel bin ich schon weg Irgendwie, das hat man immer im Auge Ja, auf jeden Fall Oh, jetzt bin ich mal auf der anderen Seite Bin grad bei B Wollte ich gar nicht hin Bei C, da sind Häuser Ich mag den Häuserkampf dann, das ist so meins Ja, wenn ich so sneak in den Häusern renne und so, ist schon cool, das stimmt Ein Stück zwar öfter, aber es macht auch mehr Fun Wenn du da mal aus Glück einschaufelst oder so Ja Geh doch die Treppe hoch, Junge Mein Typ ist so doof, die Treppe hoch zu gehen Oder ich bin so doof, je nachdem Sowohl als auch? Ja, ich glaub beides Ich habe noch Gericht Meisterlampe Die Häuschbahn kommt, diesmal ist das unser Sag mal, ich bin Laden schon wieder unterwegs, schon aus dem Flugzeug Hahaha Alter Die haben mir das Artillerie-Geschütze in die Luft gejagt, ne? Und, äh, der Körper einfach, wuuuuh Ich such grad die Gegner Die sind keine mehr Alles weg Nichts zu holen, ne? We have lost objective Charlie Was? C? C ist mein Typ, ich muss los Ja Ich bin auch aufm B zu C Aua, aua, von hinten schießt Vom B kommen scheint auch was abzugehen Na ja, da ist immer was los Der C ist so der, 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 also da kannst du immer bleiben Auf C ist immer Action Das klingt wahrscheinlich an diesem Häuser-Kampf Weil du kannst einfach ein bisschen mehr Aua Von hinten Aua, aua, von hinten gibt's kein Kindergeld Ich seh den Typen gar nicht, der mich von hinten anschießt Soll'n er sein? Ich bin dauernd angehittet und sehe keinen Geh mal ein wenig in Deckung Ich komme wieder als Medic Da war einer Ah Das tut dein Healing Gegenüber im Gebäude sind welche Welche? Direkt voraus Das? Ah, ich seh's ja Ja Mal aufpassen nicht, dass einer hier hochsteht Enemy Hit? Ah, hatte ich auch schon Ich, ich, ich renn mal, ich renn mal vor Ja, ich geh auch mit Einer ist rechts lang? Moment, ich komm oben über die Leiter Aua Ich hab Hit Aua, aua, ich bin tot Ich hab dich gerecht Ich mein etwas Kannst dir auch was Ja, manchmal Ich will nur schnell einmal in den Zug einsteigen Mach das mal Schön Zug-Action Ach, no set available No seed Ach, no seed Kein Sitz Aua, aua, aua Von oben Okay, das hier packt noch ein bisschen Von D Auf diesen So'n kleiner Felsvorsprung Hoch zu springen Ja Ja, ist jetzt nicht weiter wild Also da gibt's Schlimmeres Ich will Huschebahn fahren Ich kann aber nicht Huschebahn fahren Da ist kein Platz Huschebahn So, versuche ich mich mal als Sniper Was gibt's denn beim Sniper noch für Gewehre? Der, den Rifleman P08 Flare Gun Flare Gun Flare Gun Flare Gun Flare Gun Jetzt macht endlich mal dieses Auto mit Geschütz drauf Sinn Ja, ne? Ja, ne? Du kannst auch noch Armour placing bullets Warte, was ich mal Pulitzer Only effektiv At close range Info Ach, 1 Minute 20 Geht noch Die Map Ach, du kannst nicht fahren Du voll hast Vielleicht mal spawnen Als Sniper Boah! Dafür, dass er nicht fahren kann Dann hat er den einen Überfahren Was ist denn die 3? Ah! Au! Der Sniper hat auch ein Ferienglas Okay, das wusste ich noch gar nicht Wie kriege ich denn das? Ja, den gibt es Anstatt der Flare Gun Kannst du sowas mitnehmen Ach, muss ich kaufen dann, ne? Als Ding Ja, ja Customize Da ist grad einer mir vorbeigelaufen Spotting Scope, ne? Ja, genau Ich hab's grad gekauft und hab erstmal geguckt Warte denn Ich brenne! Als wenn der hinter mir wäre Er muss ja auch nicht Ich hab jetzt auch mal die Die Russian Marksman gekauft Aber ist ja eh gleich vorbei Ich werde auch nur mal kurz durch Boah, ist die krass! Du musst Die, äh Russian Marksman Ne, ich hab grad den Wifelman Der ist ohne Visier Ja Ist halt Kimme Korn So Ja, genau, genau Einfach mal zum Weg die Sau Boah, unser Tank macht auch gleich die Fliege Wir wurden besiegt Die fehlt! Ja, aber coole Runde trotzdem Ja! Ist ein schönes Spiel Kannst ja sagen, was du willst Was mir halt ein bisschen fehlt ist, ähm Ähm Äh, die anderen Dinge halt, ne? Ähm Andere Maps Damit wir ein wenig abwechseln Aber ansonsten, cool Ja, alles ne Beta, ne? Was haben wir denn? Oh 9,11 und du hast immerhin 16,10 Ja Warst du die Runde immer besser? Ja Es ist, lief, lief ganz okay, ne?